Dieses Produkt hat schon ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Es geht nämlich um den flüssigen Displayschutz aus Höhle der Löwen, Protect Parks. Soll 100% bruch- und kratzsicher sein, völlig unsichtbar. Oh, man kriegt direkt auch Post dazu anscheinend. Okay, der Hammer hat nur symbolischen Charakter. Man soll es bitte nicht mit einem Hammer testen und das Handy auch nicht extra runterschmeißen. Schritt 1, mit einem Reinigungstuch über das Display wischen. Oh, okay, das ist ziemlich feucht. Und anschließend trocknen lassen. Ja, es ist getrocknet, geht relativ schnell, ein paar Minuten. Dafür haben wir jetzt hier irgendwie hässliche Schlieren auf dem Handy. Jetzt kommt die Flüssigkeit, die das Display schützen soll. Ist hier in so einer Kartusche drin. Lässt sich ehrlich gesagt nicht ganz so einfach öffnen. Na, kommt gar nichts. Jetzt muss man da doch irgendwas aufmachen. Das muss man anscheinend irgendwie... Also wenn man das da reinschiebt, dann läuft es raus. Wird wahrscheinlich jetzt alles gewesen sein. Das heißt, wir reiben das jetzt mit dem Trockentuch ein. Gleichmäßig verteilen, bis alles trocken ist. Das ist auf jeden Fall ordentlich viel Flüssigkeit. Gott, wie lange muss man da denn jetzt reiben? Das dauert ja Ewigkeiten. So, das sieht ja jetzt schon mal ganz gut aus. Okay, 10 Minuten einwirken lassen und danach die Oberfläche nochmal polieren. Das ist jetzt nicht, wie lange man da jetzt drüber gehen muss. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie schön man sein Handy haben möchte. Aber wahrscheinlich trägt das ja auch nochmal dazu bei, dass der Stoff irgendwie gehärtet wird. So klein gedruckt steht dann noch, dass die Schutzfunktion erst nach 12 Stunden eintritt. Das ist natürlich super. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt genug gewartet für heute. Also ein paar Minuten zum Einwirken, 10 Minuten bis man es polieren konnte. Wir testen das jetzt einfach mal. Das ist jetzt halt der Härtetest. Wir kratzen mit einem Schlüssel drüber. Hammer soll man ja nicht. Ist ja nur symbolisch gemeint. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu gefährlich fürs Handyinnere. Deswegen versuchen wir das mit einem Schlüssel. Aber, also ich muss sagen, ich gebe mir jetzt schon Mühe. Ich sehe, ich sehe keinen Kratzer. Ich glaube, es funktioniert. Ja. Und das schon bevor 12 Stunden rum sind. Also danach hält es wahrscheinlich auch noch was Härteres aus als diesen Schlüssel. Ja, super. Nee, also ich muss sagen, ich bin zufrieden. Es ist in der Anwendung, nervt es schon ein bisschen. Aber wenn es dafür dann wirklich hält und das Handy schützt, bin ich zufrieden. Und das hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020